Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei Xenobl Chronicles, die Definitive Edition für die Nintendo Switch. Das letzte Mal haben wir ja teils etwas in die Fresse bekommen, aus dem Grund habe ich mir die Zeit genommen und hab ein bisschen gelabelt. Waren nur zwei Level. Ich würde sagen, genug geplaudert, lasst es loslegen und die nächste Videosequenz genießen. Debra, Hintereingang. Dann bin ich ja mal gespannt. Okay, keine Videosequenz. Ganz schön hoch. Ich glaube, da springen wir besser nicht runter. Das sollte man vielleicht lassen. Oh, Harmoniegespräch. Ah, dieses Gespräch ist noch nicht verfügbar. War ja so klar. Hier nirgends was zu loten. Naja, okay. Also dann. Dann geht's mal hier rein. Dann geht's mal hier. Danke für die Hilfe, Schulk. Ich werde sie wiederholen. Sie beide halten einen Moment. Es ist voll von Aether-Cylindern. Hey, warum müssen wir hierher kommen, um sie zu holen? Es gibt keine Aether-Cylinder-Fühling-Station in der Kolonie? Na gut, die Aether-Cylinder dauert ein lange Zeit dort. Und manchmal, die Cylinder-Sation verletzt. Und es gibt so viele Cylindern hier für uns bereits. Es ist mehr Reliabel, als wir sie selbst machen. Genau, die Kolonie 9, die Anti-Aer-Batterien und die Mobilteleutelung sind für diese Cylindern. So können sie direkt auswählen werden. Ich verstehe. Sie wissen, dieses Ort ist in gute Kondition, als es ähnlicher ist. Es könnte sein, dass es eine Art Technologie gibt, um sie zu schützen. Es ist nur ein Schmerz, dass wir sie nicht verstehen. Schalk? Aber ich werde es einen Tag herausfinden, und zeige dir. Wenn es nur Technologie, die jemand in der Vergangenheit erschaffen hat, ist das nicht verständlich. Wir kommen, um sie zu verstehen. Wir kommen, um sie zu sehen. Wir kommen, um sie zu sehen. Schuss, bleib kalt! Wir kommen, um sie zu sehen. Ich weiß nicht, aber es sieht, wie wir sie haben, um sie zu zerstören. Ich weiß nicht, ob sie zu sehen. Wir kommen, um sie zu sehen. In diesem Fall, lege sie mir nur zu sehen. er teilt an der gruppe befehle auf alle auf einen alle greifen den vom anführer anwesenden gegner an freier kampf alle kämpfen eigenmächtig alle zu mir alle stellen den angriff ein und versammelt sich um den anführer das dann merke ich mir doch nie los zieh agro! los agro ziehen! von hinten von der seite und stannen und sozusagen schwanken lassen fiora bist du okay? ich bin gut, wie geht es mit dir? ich bin gut, dank dir und rein wie waren die bionisten? ich habe nie gesehen wie sie ich habe nie gesehen wie sie sie waren in mechon nein ich denke, dass sie von den civilizierten die gebaut haben sie sahen nicht wie mechon für mich aber warum sind sie nur jetzt? ich weiß nicht aber sie wurden wahrscheinlich gebaut um zu schützen diesen Ort sie vielleicht haben sie aktiviert in response zu etwas aber ich glaube nicht, dass das etwas hätte sein können wir bitte, zurück ich will nicht mehr hier sein ich will nicht mehr sein ich auch nicht und wir haben bereits die äther-cylinder was passiert? was ist denn das? was ist das? das Geräusch in der sky es ist ein es ist ein es kann nicht das kann sein Oh, okay. Hey, dieser Siren, es klingt anders. Ja, ist das Siren auch nicht? Es kann nicht sein. Ich kann nicht sein. Ich kann nicht mehr. Ein Lodge, Mechon! 10 Carriers! Und ein Ungewöhnter Units emerging aus den Carriers! Evacuieren die Kräuter nach dem Schutz. Get a move out! Ja, Sir! Fire at will! We got it! No, wait! What the? Our weapons don't work on them at all! Cool. What type of Mechon is that? I've never seen one like it. Use slackers! Fire! Shoot it down! No, no! No, no! Okay, go! You two! I'm four! It is too young or different. es wird hier keinen teleport gehen jetzt die schnelle reise nicht wirklich verrückte sache machen wir machen verrückte sache Jaaa! Ich bin richtig leid, weil man hundertprozentig tot. Wow! Wollt es gab einen Lübler ab. Oh, der Spur war cool. Los, läuft! Hm, ich könnte jetzt noch schnell die Raupe wegknucken. Hm, ich könnte jetzt noch schnell die Raupe wegknucken. Wohl. Äh, besser wär's wahrscheinlich nicht. Wohl. Alter, die ist nur für Level 5 und hat mich vorher so weggenugt. Okay. Die machen wir nachher tot. So. Ah. Aber die planteln ja dann nicht mehr auf alle Fälle mit. Möbenzahn, Möbenzahn und... Süße Wasabi. Sehr schön. So, und wieder Sequenz. Woh. 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 Wir müssen nur die Tom, wenn wir ihn kucken. Woh. Woh. Auf in die Schlacht! Mecher und Schaden zufügen Eine umgeworfene Mecherung kann jede Gruppe mit Glied Schaden zufügen. Schwankendes Mecher und Umwerfen Technik mit dem Zusatzeffekt Schwanken-Status Technik mit dem Zusatzeffekt Umwerfen-Status Möcher mit Drehschlag in Schwanken bringen Greife den Gegner mit einem Drehschlag an, um ihn in Schwanken zu bringen Warte dann bis Ryan ihn mit seiner Technik Niederschlag umwirft Warte bis Schuld den Gegner mit dem Drehschlag in Schwanken gebracht hat Setze dann Ryan's Niederschlag ein, um den Gegner umzuwerfen Das wird er mir selber machen Machen wir jetzt keinen Schaden, dann Und jetzt den Schlag Los, hauen um Ja, jetzt noch Yeah Jetzt von der Seite Das wird er Ah, hey, wie du? Ich habe keine Chance Es ist nicht so einfach Wir haben ihn gebran und nur für heute Es wird schnell wiederhöhnen Bis bald. Wo ist Dunban? Er ist weg. Ich kann ihn nicht irgendwo finden. Was? Er ist nicht bereit genug, um diese Dinge zu treffen. Rein, gehen wir nach dem Lab. Der Lab? Natürlich. Der Monado ist da. Genau. Der Monado kann Mechon rausnehmen. Machen wir jetzt den Rückzug, die glückste Option. Jetzt ganz sicher. Wähle das Spezialtechnik-Symbol und drücke, bis das Fliehenssymbol erscheint. Drücke dann um den Kampf abzubrechen und laufe davon. Jep, das hab ich mir vor. Lauf! Mitten durch die Menge durch! Oh, und da ist er noch ein fett Arschi? Oh, einfach unten durch. Oh, ich kann nicht unten durch! Du blasterst Mechon! Du denkst, du kannst, was du willst in unserer Kolonie? Der Körnel! Die Leute! Mech! Geh nicht auf diese Position! Geh nicht auf. Ja, 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 ja! Run, dann werde ich dich selbst tönt! Was... was das denn? A Mechon mit einem Gesicht? Grin auf mich, will you? Was? Es hat sogar nicht dengeteilt! Was? Es hat sogar nicht dengeteilt! Woh! Ich glaub die wurden ganz schön platt gemacht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Der Kanal! Die Leute! Ich werde alle letzte von diesen verdammten Mechon- Schulk, die Entrennung! Nein! Wir werden jetzt nicht in da rein! Warte, lass mich hier denken. Warte, die Aura! Es gibt noch die Mobil-Artillerie! Genau! Wenn wir sie mit den Eter-Cylindern zusammenbauen können, können wir in unseren Weg gehen! Es ist in der Residential-District. Great! Alles klar, das ist es! Zeit für den Kolonel und den Mann! Okay, dann ist er wieder zurück! Oh, was wird nun passieren? Was denn?! Schulk, mehr von hinten! Rhein, wir sehen uns, dass du und ich haben, die wegzunehmen. Sie sehen uns. Fiora, Rhein und ich werden ein Weg, dann kannst du durch. Ihr zwei kann das nicht selbst machen. Ich will auch ein Kampf. Geht durch! Wir werden gleich hinter dir! Aber Schulk! Ein Jahr, Dunban und die Gefangene Werte haben wir schwer zu schützen, die Kolonel und alle uns Homs. Jetzt ist es unser Geheimnis, sie zu retten. Bitte, Fiora. Schulk! Rhein! 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 Würdest du jetzt bitte endlich umschupfen oder umwerfen? Endlich! Danke. Das war eine sehr nahe. Du wirst niemals verletzt aus. Du gehst. Ich werde das hier verletzt. Du hast zu langweilig. Um mich zu überzeugen. Sag mir das. Rhein, hinter dir! Du gehst von hier! Schock! Das ist dumm. Hold auf! Der Monado! Das ist so. Das ist so. Dass ich mich aufhören sollte. Der Monado! Das ist so. Der Monado! Das ist das, warum du hier warst. Ich dachte so. Das ist das, was ich aufhören musste. Bereit sind, Leute? Okay. Jetzt ist er mit dabei. Gut. Dann haben wir ja wohl eine Chance. Dann haben wir ja wohl eine Chance. Ich mache dich. los umschubsen wir werden einfach keinen schaden machen aber er ist entschuldig blockig wir sind komplett sinnlos nice one dunban you didn't waste any time on their mechon shulk where's fiora the residential district we said we'd meet her there looks like we'll have to take the long way around all right then we cut through the commercial district yes so leute bis weiter geht erfahren wir in der nächsten folge genug für jetzt wenn es euch gefallen hat lassen ab oder like da wäre echt toll ich wünsche euch was bis zum nächsten mal